Jo leute herzlich willkommen zurück zu let's play together minecraft heute und morgen oder wann auch immer ich und Maxman sind wieder dabei hier im Nether wollen wir oben mal den spawner deaktivieren willst du ihn abbauen? deaktiv... meinst du das geht? ich glaub das geht im Nether, ich glaub das geht bei Loan spawnen nicht die spawnen immer wollen wir weiter gehen, weil oben gab ziemlich viele, wie viel hast du jetzt eigentlich... wie viele... ich hab jetzt insgesamt vier und du? einer du bist auch Level 25 es kann sein, ja weil ich einmal reingegangen bin okay wir wollten in der... was hast du gesagt? wir wollen weiter gehen und wollen weiter gehen und wollen schauen was ist... im Bogen, die ausgestattet sind wir wollen weiter gehen nö... wollen wir rein oder wollen wir weiter gehen? wir gehen weiter ok ja wo die rechte weiter ok müssen gucken dass wir hier irgendwo im gang finden wo es weitergeht da hinten ist ein Gas und dann gehen wir rechts weiter hier ich weiß ich hab gefunden wo es weitergeht ja war schön ich hab keine Ahnung wo du bist oben hier guck mal hier wo bist du hier guck mal ich war hier ne ich bin hier hochgegangen hier oben pass auf wir sind auch überall lohn das ist ja eine lohnige Folge heute soll ich erstmal weitergehen ihr geht doch nicht weiter auch sie echt nicht? ne hab keine Pfeile mehr fuck wir gehen zurück wir gehen zurück ja hier gibt es nicht weiter weil ich tot bin nur weil ich tot bin oder arbeitslos ja oder beides Max mann wo gehen wir jetzt lang was ist das hier hinten rechts da kommen wir her ok und jetzt schnell weiter gehen wir hier schnell los kommt man hier weiter? ja ich glaub schon keine Sorge ich hab mir den Ausgang markiert oder äh äh ja cool weiter geht's hier bei unserer Nether Expeditur oder expeditionistischer Nether Sache ok wenn hier endet das kann das sein guck mal ja schade wäre aber auch zu schön um wahr zu sein gewesen wenn wir wirklich ähm wenn wir wirklich Nether Warzen gefunden hätten ich meine so kann man sich zwar auch Tränke brauen aber nur doofe Tränke ja wir guck mal weiter vielleicht sind wir noch eine andere du hast ja den Blade Point markiert ja ja dann würde ich sagen gehen wir weiter hm machen wir wenn ich wüsste wo du bist bin ich schon wieder weg hier hier ja ich hab dich auch gewillen lass rechts weiter gehen und guck ob wir rechts irgendwas finden geradeaus guck mal da hinten wo denn ja ich kann's leider auf meinem komischen Kackrechner nicht sehen wir könnten auch netter Quarz mitnehmen aber oh 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 hier ich bau zum Weg über da wo wen es denn so du hier Gott fuck hey wir müssen quarts ja ich wollte doch haben oder aus mit dem holi also ich weiß nicht ob du diesen sprung überlegen mit baum nicht ganz wichtig und dann okay macht das aber wenn du von da brauchen der krass und ja 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 ne mit weil es gibt glaube ich auch erfahrung nicht vergessen die zombie pigments nicht schlagen aber wissen wir ja sind der progamer in meinen und schätze der beinahe zu mit dem du musst da kurz weg schweinchen schweinchen ich nehme immer überall das Quarz mit weil ich weiß nicht irgendwie kann man da bestimmt was cooles draus machen ja bestimmt ich bin ja jetzt nicht so bewandert ja nur ich eigentlich auch nicht aber ich weiß nenn das kann auf jeden Fall sollen machen spielte seit ziemlich viel Ticket wie du dich weißt ja ich auch wie kommt das noch der Ticket gibt es ja Erze im Nether oh das ist ja süß aaaah da muss warte sehe ich den auch so, da muss ich den Screenshot von machen jaaah schweinchen schweinchen krass teilt und ähm hast du immer noch dieses große Ding festungsmäßige in 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 ja ich gucke einfach vorne ach du siehst ja nicht was ich sehe leider ja leider nicht also siehst schon was ich sehe du bist nur zu voll auf meinem Bildschirm zu gucken ja warte da gehen wir gleich hin wir dürfen uns nicht so weit Prozent von der Nähe werden weil ich bin hier nicht überall am Quarz abbauen dann kommen wir einmal bekommen rückweg noch der Rückweg geht aber woanders lang, das weißt du schon weil der Rückweg nicht direkt durchführt genau in die Richtung er betrugt es den Ossi, ich beeile mich, das ist nur noch dieses und dahinten doch, nein Spaß außerdem habe ich noch ein bisschen Pick-Ex-Auslastung zu dem ist das baut sich alles schön langsam ab, hättest du mal Uri schneller mitgenommen Na, wenn wir sterben, ist blöd, ne? dann hätten wir unbedingt schneller auf unserem Friedhof begraben müssen aber ich habe bestimmt schon richtig viel Quarz und wie viel habe ich? Oh, fast ins Deck, alter gut, aber nur wenn du mir versprichst, dass wir auf dem Rückweg wirklich hier... Hä, warte, wo bist denn du? Max Man? Where are you, Max Man? Da Ein sehr Nein, jetzt mal ehrlich, wo bist du? Kannst du mir vielleicht mal Koordinaten sagen oder so? Äh, da wo die Lohen auf mich schießen Alter Ja, warte kurz, ich kann ja nicht Jetzt warst wenigstens noch feile ich nicht mehr Ja, weil ich in die Genda auch vielleicht ein paar mehr mitgenommen habe Du hast alle mitgenommen Ich habe gedacht, ein paar mehr So bist du denn Ich bin da, wo ich erst noch Quarz abgebaut habe Ich bin hier oben Da Da müsste ich irgendwo unter dir sein können Da Ja, warte, ich bin Da Ja, warte, ich steck mich hoch Ich kann doch hoch springen Ne, das sind zwei Blöcke Das ist zu weit, weißt? Der kann sogar links hoch Bin ja auch hoch gegangen, ohne irgendwas abzubauen und zu bauen Ich geh jetzt hier Einfach da, wo du bist und dann geradeaus weitergehen Und dann geh jetzt irgendwo rechts hoch Da hab ich ein kleines Trepp Ja, ja, ich seh schon Hier Ja Warte, da vorne ist ein Magma Cube, soll ich den noch platt? Ne, den krieg ich gar nicht, der ist groß, der ist riesig Weil da wollen wir probieren, den zusammen zu plätten Magma Cube Warte noch nicht, noch nicht Noch nicht Erst mal den kleinen nach vorne Nein, 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 verballer dafür keinen Pfeil Pass auf, der kann dich übrigens schützen, ne? Boah, einfach nur Mausgeklicke des Todes Alter Ja, geil, wir haben eine Magma Cream, noch eine So Magma Clicking auf Tod, Alter Magma Clicking auf Tod Oh da Magma Clicking auf Tod Lalalalalala Boah, das klingt wie Rammstein So much, never quads I'm swimming in never quads Und hier, weiter Ich komme gleich, du Hund Du bist ein Hund, Alter Du bist ein Hund, Alter Du bist ein Köter So jetzt, hey, gusch Du bohrst dir gerne irgendein Scheiß ab Und, never quads Daraus kann man nochmal was Schönes machen Und außerdem weiß ich ja Wow, 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 was ist das? Ein Widger! Skelett Aus Sieh Aus Sieh Keine Sorge, es ist so gut wie unmöglich daraus einen Widger Kopf zu bekommen Aus Sieh, aber ich hab grad äh Ja Ja Ach Ach Was denn Du hast fast gestorben Ich weiß Ich hab dir doch geholfen Ja, das war ein Wither, das sind extrem aggressive Skelett Oh, cool, das sind so Hallo Hallo Yohno Oh Gott, dies aggressiv Ich war auf den Tag 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 Soosie Und wieder Etwa sind das keine Widger, sondern Widger Skelette städte übrigens ist es völlig egal man kriegt eigentlich so gut wie nie ein kopf von denen egal was du probierst daher haben wir ja das ist einfach mal die expedition des todes sein wir müssen einfach so schätze schätze wartet warte kurz auf mich ich bin falsch gelaufen wir sollten uns ab sofort mit absprechen wo wir langlaufen ja über mir daher und das halte ich für ein Geruch beitreten wo gehst du da ja ich weiß ich bin ziemlich erweich ein was den Skeletten angeht aber so oder will er pass auf das ist schon zweimal und stürzt du mich ja ich weiß warte lass mich jetzt warte mal das hier sieht doch schon mal gut aus vielleicht war es so mit diesem so bin ich hier runtergegangen weil hier unten sind meistens die links und wo na da war es denn teilen wir uns auf nein du bleibst du auch ja dann musst du aber auch auf mich warten wenn wir zusammenbleiben davon ist ne Truhe ne Truhe meine Truhe ich hab dich erst gesehen naja also nicht wie viel Geld auch geil als ich ist Horst Armour drin lohn lohn alter Krasse ich hab dich ja dann nein wo auch lecker ja bei mir auch das noch da hat mir erwartet gewonnen alter gewonnen hat sich Goldschwert gewonnen hat sich Hammer gewonnen gewonnen ja halt ich hab ein Goldschwert episch alter wir haben netherwarzen wir können alles brauchen was wir wollen aha this is my shit all the girls are gonna be like this yeah Max man weißt du zur Feier des Tages kriegst du einfach mal ne Axt im Kopf Axt im Kopf okay halt ich ergebe mich ich ergebe mich ich ergebe mich ich ergebe mich ergebe mich oh du Hund kommen wir suchen noch weiter vielleicht finden wir noch andere tolle Sachen Erziehung Schiller Beziehung Schiller hey yo boah alter das ist ich glaube das ist bisher die geilste Minecraft Folge die wir bisher gemacht haben aber wir die spannste ey komm wir suchen das Ding jetzt erstmal komplett ab auch wenn wir dann halt heute ein bisschen überlänge haben ja ich mach aber nicht zu lange überlänge nein nein überlänge heißt bei mir schon über 15 Minuten ja ich bin der ich bin so da und da wo gehen wir lang in der Welt Navigation keine Ahnung wenn du so eine Kiste ich folge dir warte 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 noch nicht alles rausnehmen ich möchte noch ein okay gut noch raus warte kurz ist da hinten hast du auch noch genug essen ja ne 37 days Alter haben wir gut Steak na nur Quarz aber ich glaube wir bleiben noch ein paar Folgenleinchen im Nedder weil so viel Quarz wie es hier gibt alter nachher bauen wir einfach alles aus Quarz wartest du kurz auf mich ich hab ich muss nur schnell das Quarz ein sagt man dann komme ich ich komme kannst loslaufen ich hab mal bei der Helligkeit höher gestalt ja ist vielleicht besser aber dann sieht man auf YouTube auf YouTube ist ja eh alles in der total dunkel ne ja das Prozent an die Kiste und das müssen wirklich mehr er weißt du was mir gerade eingefallen ist vielleicht wäre es intelligenter wenn wir uns aus den vier Diamanten die wir noch haben und Diamantschwerter machen hat geworden geworden Lauren die Bestes keine Ahnung die Farbe die richtige Richtung oder kommend jetzt noch ein Alter Neather Warten Expedition des Todes so er ganz ehrlich mit und ich dachte so zwei Leute ich dachte immer mal wieder mein Gott der langweilig bei den nächsten nächsten Kitte ja genau warte warte darf ich erst kurz mit reingucken Voto aus ja Feuerzeug und grünen Pferderüstung Guldin hier soll warte ich glaube wir sind in zwei Aufgaben noch gar nicht raufgegangen doch in den dinge sind wir schon und dahinter geht nicht weiter ja ich weiß aber warte wenn wir noch ein Stück zurückgehen ja dann können wir doch mal links und rechts gehen ich weiß warte ich gehe nochmal kurz rauskommt zu gucken nee hier ist nichts hinten kann man doch mal hin aber das ist nur ein kleines Ding wo bist denn du jetzt ach so warte hier können wir mal links und rechts gehen glaube ich erst links und rechts er ist da genau ja okay ja das war's ja dann lass nochmal links gehen nichts mehr oh Gott ist hier was ne Kiste ein Sattel von einem der ist noch ein warte ich nehme nichts raus auch cool netherwarzen büßen nimm ja okay alter der Kiste Feuerzeug goldschwerter Sattel alter hat sich haben er gelohnt ist nicht ohne wird sie war auch gehen die Mauer die beste Folge ist du willst die jene nether xp die Tour in der Ecke war das ist die beste Folge auf Tumann auf Tum es gibt ein Texte weg das heißt dumm klar das ist so alles so ein gruseligen gruseligen stil kacke max man weiß noch wo es zurückgeht ja wartest du kurz ich muss das essen also ich habe 30 ich habe 31 level einfach mal so auch geil die langweilig schon glaubt schon selbst wenn wir was vergessen haben wir haben so scheiße viel gesammelt ein ist der ausgang nach welchen das ist eine heilige zeremonie ich opfere mein Haus kann ich denn da rein aufrufen und für dich auch für dich auch für den Seiten guten Opferrechte eine Korrektur ein er hat er er wird wiederbekommen verbraucht wird gesagt doch mit der Karte von mir haben der Hälfte ist alles ist es mir das ist alles kein Zoll-Zenten aber so sind auch noch genug bei den Wochen wiederum haltet es ist ein so geil er war so weiter was ich nach dem Weltkrieg Osiru wirst du warte ich bin der ich bin direkt hinter dir ab da das kommt noch schnell kurz mit einer Verbindung unterstellen ein Verfolger das S die Mappel und der Rest nach Norden neben 10 ich habe keine mehr Netzer Festung des Todes und Werder und Farbe Link Pro Kuhn nur verstorben hier läuft aber absolut krass ich folge der schritt und tritt also wollen wir haben so viele wird er wenn wir jetzt sterben dann ist denn er lebt aus dem welt schmott ja krass verbraten wird das gelettet da vorne aus einem kopf hat erwartet kannst du mir vielleicht ein paar pfeile geben aber dennoch noch was den baustellen kann rein meine reine kommt zurück kommt zurück okay hier geht man die hefte und was ist das ist das ist das dritte ganz gut ich bin noch einmal schnell okay hinten sind drei Lohn schütze Warte wollen wir die echt anreifen oder wollen wir jetzt mal links weiter gucken nein warte wir schießen die mit Pfeilen ab Feuer sind vier links kommt ein Besatzgerät den schnitzel ich fuck ich brenne und ich wurde gewissert das ist der Wither-Effekt fuck irgendwas brennt hier die lohnen würde ich sagen jetzt können wir durchrushen und uns den Stuff holen hol du dir die Level du hast weniger Level Alter hier muss warte mal gibt es einen Wither-Spawner nee es gibt keinen Wither-Spawner okay boah hier ist ein Spawner soll ich den abbauen Wither-Spawner oder was? nein Blaze-Spawner ich bau ihn ab ich bin da für Erfahrung ein halbes Level aber wir brauchen ja so viele jetzt auch nicht ist das ein normales Geläch? ja ne? auch wir sehen auch wir sehen hier guck mal der eine Wither hat Kohle gedroppt die droppen immer Kohle und diese Wither-Köpfe eigentlich nie also müssen die irgendwann droppen irgendwann ja es gibt eine ganz 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 kleine Drop Chance selbst wenn man Looting 3 hat ist es nur eine so kleine Chance einen Wither-Kopf zu bekommen deswegen kann man den richtigen Wither eigentlich auch nie spawnen lassen und eigentlich ist es unmöglich ein ähm Nether Star zu bekommen nö okay äh bin ich jetzt blöd warum? oh alter ich hab die Orientierung gerade verloren ja ja ich sehe auch gerade unsere Folge ist wirklich jetzt schon ganz schön lang da hinten ist auch nichts mehr wollen wir beenden hier oder? ja ja wir werden dann die Folge hier beenden und werden dann in der nächsten Folge vielleicht noch ein paar Rohstoffe mitnehmen und zurückgelaufen ja leute äh ich würde einfach mal sagen wenn das hier wenn ihr auch findet dass das hier übel die Folge des Todes des Nevers ist auf Doom auf Doom auf Doom war Alter achso du hast uns eingebaut ok ja warte da ist der Ausgang der weg da können wir zurück ja weil wir machen jetzt auch Folgenende deswegen wissen wir denn nicht genau und jetzt ein paar Wochen spiel danke fürs Zuschauen äh mach dein Inventar auch und sag mal schnell äh du hast gib mir mal deine Lohnruppen dein Magma Zeug und das ist den Eisergum und den noch zwei Sticks, Nevequaf und alles was wir gekriegt haben Hammer doll und noch ein bisschen Eisen noch ein bisschen Gold also Leute ja aber Eisen war jetzt nicht so wert es hat sich gelohnt Leute und 37 plus 19 der Warzen Alter richtig geil und nächstes Mal fangen wir dann irgendwann mit Braun an denn werden Ossi und Max-Men zu den Hihihi zu den Hexenmeistern und dann würde ich sagen äh danke fürs Zuschauen Leute wir sehen uns beim nächsten Mal ich hoffe es hat euch gefallen und haut rein tschau tschau auf Wiedersehen und dann